Herzlich Willkommen zu einer Runde Overwatch, diesmal ich alleine, weil Tobi kein Overwatch hat, aber es wurde mal von Jack gewünscht, ob wir mal Overwatch spielen konnten, oder es wurde mal erwähnt, dass wir mal Overwatch spielen könnten. Und deswegen spiele ich jetzt gerade eine Runde Overwatch. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Ich garantiere für nichts. Let's have fun. Ah, fuck it. Also. Let's get this point. Ich spiele Junkrat, weil ich Junkrat eigentlich ganz gerne mag, weil Junkrat eigentlich ein ganz cooler Champion ist. Oh, lord. Da ist schon eine Soldier-Ultie unterwegs. Oh, ich hätte ihn gerade so hart töten können. Oh, fuck. Ich habe nie erwähnt, dass ich übrigens der beste Overwatch-Spieler bin. Und ich weiß gerade auch gar nicht, was man mir in dem Overwatch-Spiel am besten erzählen sollte. Also ich versuche, mich etwas zu unterhalten, aber ich garantiere für nichts. Äh, ja. Typical. Warum nicht? Junkrat Reifen. Das ist das Geile. Deswegen mag ich Junkrat so sehr, weil einfach dieser Reifen so geil ist. Sooo, wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Da oben ist ein Junkrat. Easy. Also. Übersicht, Übersicht, Übersicht. Ziel gerade diesen Spielmodus ist, den Punkt zu erobern. Also diesen Punkt hier, der blauen Kreis ist. Ähm. Und ja. Uh, nice. Das kriegen wir gerade ganz gut hin. Oh, fuck. Sochi-Ulti. Holy shit. Die hat uns gerade... Alter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die Sochi-Ulti, ne? Die war gerade tödlich. Aber ich habe Ulti wieder ab. Heißt, der Reifen kommt. Und mal schauen. Zwei Selbstschussanlagen und die Mercy geholt. Äh, nicht die Mercy, die Simira. Ähm. Wir haben den Punkt wieder. Das ist nicht schlecht. Oh. Nicht gut. Ich stand gerade die ganze Zeit auf dem Punkt und die haben es nicht gerafft. Das fand ich sehr schön. Und jetzt kommt mein Team und räumt wieder auf. Nice. Ähm. Haben wir gewonnen? Runde eins. Yes. Runde eins haben wir gewonnen. Sehr schön. Ah, nice, 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 nice. Runde zwei. Ähm. Ja. Erste Runde haben wir gewonnen. Ersten Kontrollpunkt hatten wir gesichert dadurch. Jetzt kommt Kontrollpunkt Nr. 2. Der ist als Junko auch ganz gut, weil du hier schön Bomben reinschießen kannst. Ihr könnt da Bord. 1 1 1 1 4 5 6 9 10 10 10 10 11 11 11 15 12 13 14 No, es ist tot, es ist tot und ich wurde geheilt, nice, schön, 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 so erobert man also einen Punkt. Wooo, King's Peak. Oh fuck, das war unlucky, das war richtig unlucky gerade, ähm, egal, ich habe Ulti wieder ab, ich kann da gleich reinbomben in dem Sinne, aber ich glaube ich kann es mir gerade sogar sparen. So, erstmal den Soldier, let's go behind them, come from there, okay, wir sehen, es gibt Leute, die den in-game-Chat benutzen. Ah, ich komme nicht rein, oh fuck, da war eine Anna, holy shit, warum haben die eine Anna? Ah, let's go, let's get this point, okay, allow Damage Overtime, OP. Wir sollten jetzt so langsam wieder auf den Punkt. Hm, nicht gut, wir sterben gerade einfach alle. Ich spiele gerade mit meinem Bällchen so ein bisschen. Ah, die Mercy ist tot. Luz ist auch gestorben. Nice, 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 nice. Punkt geholt. Punkt geholt, Punkt geholt. Punkt geholt. Richtig gut. Nooo, der Roadhog. Fuck. This shit. Schön reingelaufen in den Roadhog gerade. Einfach wieder auf den Punkt. Oh shit, okay, das war's. Obwohl, obwohl, vielleicht, wer weiß, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war's mit der Runde. Außer wir halten das tatsächlich noch, aber ich glaube nicht. Ja, jetzt darf's vorbei sein, genau. Ich hab meine Ulti nicht mehr rausgebracht. Ah, schade eigentlich. Na ja. Puh. Puh. Naja. Um mal etwas Abwechslung hier reinzubringen, wechseln wir mal von Junkrate zu, ähm, was macht mehr Spaß? Reaper macht eigentlich mehr Spaß. Eine Runde Reaper. Damals zwei Runden Junkrate zu spüren, eine Runde Reaper. Und es durfte das die finale Runde. Mal schauen, wer jetzt gewinnt. Ähm. Ja, ich entschuldige mich ein bisschen dafür, dass ich relativ wenig René werde in der ganzen Sache, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. So. Sehr ungewohnt, gerade auch alleine aufzunehmen. Ähm. Ein Killhammer. Nehme mal mit. Das Ziel haben wir, mal schauen, wie lange wir's halten können. Ein Hit saß, zwei Hit, drei Hit, schön die Messi noch gedamaged und dann musste wieder salty gehen. Schön, ihr wollt darüber bin. Ich hab den hier mit dem Hierhin im Göst. Ohhhhhhhh. Uuuuh. Ich hab dich in 0 ży número 4. A por Sutra, der. Die. Ein Killhammer. Boa't another one at par is a screen in the wall. nice one comeback time nice mercy ulti richtig stark richtig schöne mercy richtig schön er hat uns gerade richtig den punkt gerettet ich habe ulti noch ab ich kann meine ulti noch in den nächsten punkt weit dann schön heilung mit neben mir ouch das hat irgendwie wehgetan ja die juggerid bombe und dann ja egal ich habe ich kann da richtig schön rein bashen und alles auseinandernehmen ich muss noch schauen wie ich das am besten anstehe wie ich von wo am besten ok der dragon von hansu hat das ganze schon relativ gut aufgeräumt meine ulti war etwas überwertet dann am ende vom tag aber den punkt wir haben den punkt dürfen wir haben ja runde 2 rund 3 jetzt auch gewonnen ja ja dann runde gewonnen gucken wir uns noch kurz das highlight an was zwar road talk als ja gut die ulti mit einem double kill typik wahrscheinlich am ende vom tag holy shit holy shit okay die ulti war heftig oh guck mal hier look at me hier ich damit naja ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn es ich quasi alleine war aber man weiß ja nie besser als nichts wird wahrscheinlich irgendein special sein für den sonntag schaut bei den nächsten videos vorbei lasst ein like damit es euch gefallen hat und ein abo nicht vergessen und bis zum nächsten video tschau woher i see i'll remember yo if you remember me wie auf wie